Die Zitadelle in Jülich aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist ein herausragendes Baudenkmal. Und das war schon den Zeitgenossen bewusst. 1589 hat Daniel Specklin, Straßburger Festungsbaumeister, dieses Buch herausgegeben. Die Architektura von Festungen. Es ist das erste Buch in deutscher Sprache, das sich mit dem italienischen Befestigungssystem beschäftigt, wie wir es in Jülich vorfinden, nämlich mit diesen pfeilspitzenförmigen Bastionen. Dieses Werk, das ich hier in einer zweiten Auflage von 1599 vor mir habe, ist deshalb so spannend, weil es die älteste Ansicht der Zitadelle Jülich beinhaltet. Specklin hat sich nämlich intensiv mit der Zitadelle beschäftigt und beschreibt in seinem Werk, dass Jülich das beste Kastell in den ganzen Niederlanden sei, das in die vier Kanten, also in die vier Ecken, gebaut worden sei. Auch lobt er Herzog Wilhelm V. als einer der Reichsfürsten, der am besten sein Territorium mit Festungsanlagen versehen hat. Spannend wird das Werk deshalb, weil er auch genau beschreibt, wie man eine solche Zitadelle wie Jülich einnehmen kann, indem man nämlich eine der Bastionen isoliert und dort gezielt die Belagerung darauf auslegt. Und das hat er in einer anderen Darstellung sogar visualisiert, wie man eben bei einer Zitadelle wie Jülich eine Bastion beschießt und dann entsprechend die Festung einnehmen kann. Interessanterweise ist die erste Belagerung von Jülich 1610 genau nach diesen Vorgaben durchgeführt worden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Leiter der Belagerung, Moritz von Oranien, den Specklin jetzt gekannt hat oder intensiv studiert hat, aber die technische Problematik, dass man bei einer vierbastionären Zitadelle eine sehr gut als Angreifer isolieren kann, das hatte eben schon Specklin erkannt und Moritz von Oranien entsprechend umgesetzt.